so weiter geht's schön munition verschwendet alles für den weltfrieden auch scheiße runtergefallen mann 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 das fängt ja wieder gut an ja ach du meine fresse tot so den habe ich gemessert das ist ja gut so wussten dass das blaue ja kann sein entweder drin oder hier hier scheint drin zu sein oder unter uns kann auch sein es ist echt unter uns ja die kleine pistole zack so hier gibt es noch munition ach warte hier gibt es bestimmt heilung drin ich guck mal kurz rein ich habe nur noch ein balken nix heilung nix heilung nix heilung nicht gut ja dann verbinde ich mich einfach ja ok dann können wir hier weiter ja würde ich auch sagen ich höre gar keinen geballer also von anfang an nix heilung nicht stimmt wo ich blute mal verbinden hier das ist scheiße wenn du so viele kleine knarren hast das ist irgendwie das ist irgendwie durcheinander ja vorsicht links sind zombies da ist ne saat links euro scheiße ingleich tut st to aber so richtig tot oder ich könnte hier auf ihn alles klar weil er hatte so einen blöden schädel hatte toten schädel da dachte ich erst so danke bitteschön was sind die andere saaten mutter ich weiß nicht die hat mich mit mir gemacht richtig geil war mortal kombi finnisch im dass mich mal alle anzünden müssen hier spritze ich brauche viel zu viel spritzen so dass ich vorsichtig ist zum bremder also sind so ein komischer feuer mensch die euro sehr gut das ging ja schnell ich habe sie ihm besorgt wo das war auch schon ein bisschen näher und die sind da gegenüber oder kann das sein scheiße und eigentlich schon wieder er ist sogar gegenüber sein hier rechts und gehen wir mal auf die jagd der russ viehzucht sind die nicht eher so ein bisschen jetzt höre ich sie auch ein bisschen mehr links ich glaube da ich guck mal hier genau da vorsicht 100 ach du meine güte kommt dann angelaufen dieser scheiß köter ein schuss hat er schon von mir bekommen ich weiß nicht also irgendwie ist der ist der hund weg sehr gut aus einem habe ich gerade erschossen so viel höre ich aber noch ein der darum brummt ja so meinst du es gut wenn du dahin gehst wo die sind und ich versuch es mal oh ich sehe einen ja nee doch nicht so ein feuerviech da oh komm blutung stoppen blutung stoppen blutung ist das Komm, Blutung stoppen, Blutung stoppen. Super. So. Komm, Munizioni. Okay. Okay. Okay, jetzt komme ich auch drüber. Oh, hier ist noch was. Ja, Gegner sind hier, das hat dem droht geleuchtet. Hier ist noch Munition, falls du brauchst. Nee. Okay. Oh. Haben die das gelöst? Oh, der ballert schon wieder so schnell, ne? Ja. Vielleicht da dringend. Ich? Hörst du, von wo das kommt? Von links weiter irgendwie. Ja, jetzt geradeaus. Südosten? Äh, also von mir aus Norden, aber... Äh, nee, Süden. Süden. Genau, ich habe hier einen Koffer. Ja. Aber ich vermute mal, die haben das Rätsel gelöst, ne? Ja. Ja, die verbannen ja schon. Mhm. Ach ja, wir müssen da ja auch hin, ich blöd Mann. Ich guck, guck gerade auf die Karte, das ist ja genau vor uns. Und dann hat mein Gehör mich nicht getrügt. Oh, der ist so, der, so, der Typ. Oh, der kann überhaupt ballern, der Typ, ey. Oh, der ist so, der Typ, ey. Ja. Die Frage ist, wo ist das drin, ne? Ja. Und das beschissene ist, es ist ein neues Maisfeld hier. Mhm. Oh, hier kommt einer angelaufen. Zu dir? Mhm. Und wie läuft der? Also ich sehe auf jeden Fall von hier keinen. Wie läuft der? Das läuft die ganze Zeit irgendwie, aber. das kann das alle ich verstehe den Schuppen, oder? Hm Ich werfe da mal was rein Ja Ah, er hat mich erschossen aus der Distanz, 64 Meter Weißt du von wo? Ne, nicht so richtig Ja, da ist er, siehst du? Hm Er plündert mich gerade Nicht mehr Hast du ihn erledigt? Ja Das wäre ja geil Ja, da liegt er Was, wo ist der andere jetzt? Ich glaube der andere war noch im Gebäude Ja Ja, genau Scheiße Das blöd zu